Hallo und herzlich willkommen zurück zu A Black Tale Innocence. Vorneweg eine Sache. Ich bitte zu entschuldigen, falls ich diese Aufnahme Fehler mache. Ich habe so zwei Wochen nicht aufgenommen. Ich hoffe, ihr hört den Verteilator nicht. Und wenn doch, tut es mir leid. Es ist momentan diese Wärmeperiode hier. Andere Menschen schimpfen es vorgezogenen Sommer. Ich schimpfe es die Hölle auf Erden. Ja, ich heiße ja nicht umsonst mit Nachnamen Winter. Und ja, aufgrund der Hitze kann ich momentan unregelmäßig schlafen. Deswegen ein ungeausschlafener Nolan. Aber das kennt ihr ja nicht anders. Das heißt, verpeilt wie eh und je. Was ich aber auch bin, wenn ich ausgeschlafen bin. Daher, ne? Schauen wir mal, wie wir hier weiterkommen. Auf jeden Fall erstmal C verkrouchen und Y4 bleiben. Wir müssen nur unter dem Aquädukt durch, Amicia. Aber die Raten sind überall. Schhh, wir finden eine Lösung. Ja, das kenne ich doch schon. Da drüben, eine Fackel. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Zu der Fackel. Ja. Schön. Leider so ein bisschen... Ja, dachte ich mir... zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Äh, ja. Und wer hat mich gesehen? Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Please, 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 please. Hui, das war... Ups, lang. Kommt, die Luft ist rein. Ja, ja. Ja, aber wie kann man nicht weiter crouchen? Okay, anscheinend mag der stehen. Das ist schon mal ganz gut. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass er mich doch angreifen würde, aber zum Glück war das nicht der Fall. Was haben wir denn da? Ach, da können wir die Fackel dran machen. Das ist... smart. Ich hoffe, einfach mal, die lassen mich alle in Ruhe. Auf. Ich finde aber schön, dass wir mutternd zu tritt sind. Das, äh... stimmt mich ein bisschen fröhlich. Ha. Ähm. Ja. Zack. Und die anderen... Oh. Ich tue mal was her. Und ich glaube, die anderen können wir dann... so ablenken. I hope. Das ist das einzig, was sich stört, dass die Stöcke im Bauch haben. Hilfe! Leute! Wow. Lass dir rein, da hab ich schnell. Äh... Wem soll mir jetzt helfen? I? Äh... Pisst euch! Ach, da hinten, der. Wie viele Ratten wollen dann auch kommen? Ja. Das wollen aber auch Zeit. Oh nein. Hey! Hey, was treibt ihr da? Stehbleiben! Tut mir leid! Ja, wir müssen hier raus. Wir treiben die genau zu ihm. Shit. Oh, ich hätte bestimmt retten können, indem ich das scheiß Feuer geschossen hätte. Fuck. Oh nein! Die Fackel! Wir müssen ohne sie weiter, Amicia. Hatte ich vor. Da steht schon wieder einer. Äh... Kann ich die... Die kann ich nicht ausschießen. Und der trägt so einen scheiß Helm. Ja... Da, ein Soldat. Er versperrt uns den Weg. Ich sehe keinen anderen Auswege. Verdammt! Auch Spiel. Wir haben keine Wahl. Wir müssen ihn überrumpeln. Hier, nimm das. Ich stehe hinter dir, aber ist okay. Was soll ich mit dem Zeug machen? Sognung, du wirst schon sehen. Du musst es vermischen. Was ist das denn? Ernst? Ja, sicherlich. Etwa so? Perfekt. Jetzt musst du ihm das Ganze ins Gesicht schmettern. Ist das dein Ernst? Lukas? Gute. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Gegen einen endgültigen Einschlaf. Nähe dich und bemerke am Gegner von hinten. Drücke E. Okay. Dann bleibt ihr erst mal hier. Kein Problem. Wow, wow, wow. Da drüben geht doch was vor sich. Ha, ha, ha. Ha? Schläft er? Ja. Für eine Weile. Danke. Das wird uns das Leben retten. Nun denn. Solltest du noch Sonne im Inventar haben, wenn ich entgegengepackt kann, kannst du das jetzt den Ausweg nutzen, um den Tod zu entkommen. Aber Vorsicht, die Herstellung ist teuer in der Zukunft. Die Aufwertung benötigen ebenfalls Ressourcen. Vielen Dank. Gut, ihr könnt kommen. Für diesen Hinweis. Das geht nicht. Doch, das geht, oder? Ja, klar. Danke. Ich wollte gerade sagen, aber wenn das nicht gehen würde, wäre ein bisschen... ...arschick. Noch eine Maschine. Die sieht ein wenig anders aus. Ja, du kannst Gefährten bitten, wenn du eine Kuh drückst, weil das Symbol angezeigt wird. Okay. Ich bin jetzt da lang, oder müssen wir jetzt da lang? Hm. Ach, da bist du noch mal hier vorbei, Lukas. Mensch. Okay, ne, ich hab noch einen Topf. Äh. Kuh. Kannst du dich das bewegen? Ich versuch's. Ich lasse los. Achtung. Äh. Sollte es gehen. Aber nehmen wir hin und schliefern. Äh. Ah, okay. Hab ich... ...glaube ich begriffen. Kannst du das nochmal machen, bitte? Ich war wieder zu... ...zu... ...blöd. Denkst du, du kriegst das hin? Ja. Vor allem, ich muss da hin. Und dann wieder zurück direkt. Ach, du Scheiße. Ups. Okay. Ja, geil. Und wie... Ach. Ähm. Ist das noch ausgewählt? Ich glaub schon, ja. So. Geh mir mal Feuer holen, Jung. Bitte. Los, Uko. Genau so. Ja. Schön. Gib her. Äh. Mach das bitte nochmal. Weil ich kann jetzt noch Feuer aufwerten. Aber das wäre, glaub ich, dann verschwindet für den Rückweg. Ups. Okay. Puh. Gut, dass das relativ großzügig ist damit. Jetzt muss ich wahrscheinlich da lang. Und schön, dass er ein riesen Ding bringt. Dann können wir uns bei Ugo bedanken. Ich will nur, dass wir hier wegkommen. Ich auch. Na los, gehen wir. Kann ich da lang? Okay, ich muss da lang. Von können ist dann doch keine Rede mehr. Da kann ich aufwerten. Und hier kann ich eine... Tore öffnen. Äh. Okay, ich sehe, wie es funktionieren soll. So, hab ich noch zwei gemacht. Ach Mensch, wir können jetzt aufhören. Hm. Das ist natürlich... dumm. Aber okay. Ähm. Ach, jetzt kann ich den Stein mitnehmen. Ach, weil es Feuergeschosssteine verbraucht. Okay, got it. Wir drüber können. Jupp, jupp, jupp. Wow. Und durchgehen aus. Na ja, gut. Letztlich. Ah, warte mal. Ich kriege doch schon los. Oh. Okay. Ich, äh, verstehe. So, und jetzt? Okay, der schleicht, wir schleichen. Got it. Ach ja, 1,2 Gras, wenn du mich lassen würdest. Ist er wirklich der Einzige mit einer Lampe. Ah. Moin. Als frisch. Machst du einen Sonderspaziergang hier, wa? Wie lange der hier steht, kann ich nicht schießen, weil ich ja ja zu laut bin. Ach ja. Äh, ja. Lade mal ein bisschen schneller. Oh. Ich glaub, so gewollt war es jetzt nicht. Shit. Oh, no. Wat? Fuck it. Fuck it. Hä? Well played, liebes game. Ah. Warte mal, da seh ich da wat. Okay. Und nu. Ah, da krieg ich reisig hier und seil. Okay. Gut, dann kommen wir ja doch relativ durch. Nochmal umgucken ist doch ganz wichtig manchmal. Das heißt, es wird auch gewollt, dass die den erschlagen und die brennen, alles fein. Und da ist nochmal reisig. Oh. 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 Und die Makula. Hier gibt es keine Ratten mehr. Das halte ich für ein Gerücht. Ähm, ja. Das heißt jetzt, was? Vorbeischleichen, oder killen? Also, Feuer ausschießen, damit die gekillt werden. Ähm, ne, ja, weiß ich. Das war das für ein Geräusch. Gar nichts. Geh mal gucken. Ja, ich halte meine Maus wieder schief, was mich ein bisschen stresst. Ich weiß auch nicht, warum ich mir das angewöhnt habe. Ne, ich schwöre mal nicht. Ist nicht gut. Gehen wir jetzt hier rüber, oder was? Ich seh ja gar nicht... Wozu? Ach, da. Hier ist aber auch kein Licht, Leute. Hä? Ach, da. Was ist für dich, was ist für dich hier lang? Fräulein. Hä? Die sehen mich doch. Ja. Und was ist mit denen? Die lasst ihr einfach gehen? Was? Hey! Jetzt! Oh. Sollt ab. Hier gibt es Schwierigkeiten. Lass uns abhauen. Folgen wir ihnen. Ja. Gute Idee. Okay. Oh nein. Oh, shit. Geil. Beschädigte Güter. Ja. Könnte aber jetzt auch die beiden betteln, weil... nachher... Ihr wisst schon warum, ne? Sind angegriffen worden, also beschädigt und... Ja, lass... Lassen wir das. Hey, Kleine! Aufwachen! Hier ist was. Hast Glück gehabt. Der gemeine Leichenfledderer kriegt ein Schwert in den Bauch, ohne viele Fragen. Aber ich... Hab'n Auge auf den hübschen Schwuck geworfen. Glücklicherweise mag ich Gold mehr als Blut, Lady de Rune. Wo ist mein Bruder? Halt's Maul! Je besser du aussiehst, desto höher das Lösegeld. Hab' die Ware vielleicht schon ein bisschen beschädigt. Lösegeld? Wer bezahlt das? Wirst du schon sehen. Du bist nicht mehr im Chateau, also schnauze, Kleine. Reudiger Köter. ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vor allem, wofür haben die eigentlich Wehrgänge, wenn da kein Schwein drauf achtet? Worauf diesen Wehrgang los ist? Richtige Profis wieder, richtige Sturmtruppler Kann ich mich hier noch weiter umgucken oder achten? Kann ich mal aufhören abzuhauen? Du nervst ganz schön, Alter Ja Oh, nett So läuft das im Krieg So erteilt man einem Valois eine Lektion Hast du gestern Wunden ist gut Der wird wieder abgelenkt werden oder nicht? Jetzt? Nein? Jetzt? Helllos Man muss nur einen Schwachpunkt finden und zack Nichts leichter als das Vor allem, sie hat ja erkannt, dass die von The Runes ist Aber dann müsst ihr ja doch eigentlich noch wissen Was für ein großartiger Sieg, verdammt! Ja, der Topf! Ja, gut gesehen! Dass, ähm... Da ja keiner mehr Lösegeld bezahlen kann Weil, ne? Alter, bin ich langsam Beziehungsweise ist Amicia langsam Nur ein bisschen üben Sonst da war der da drüben Salpeter Und jetzt? Hallo Das Interesse an den Kindern ist irgendwie seltsam Okay Warum befragt ihr die Schwester nicht? Sie ist sicher wach Oh nein! Keine Sorge! Das musste ja passieren! Ja, aber der hat ja noch ein bisschen Weg, bis er dann da ist, wo wir waren, wa? Würde ich jetzt mal behaupten Mal sehen Das Und das Kann ich nicht öffnen Gar nicht mal übel Was machst du denn da? Ja, dazu ist jetzt keine Zeit So springt bei deiner Rettung für mich auch noch was raus Was ist mit der Truhe? Hab ich gesehen Pulver Wahrscheinlich für Alchemie Nutzlos Nicht für mich Gib Bescheid, wenn ich sie knacken soll Ja Knack mal Warum bist du so freundlich Vielen Dank.